Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Unsichtbar! Unsichtbar! Gibt's mir ja Gott seinen Ring! Mein Schaatz! Mein Schaatz! Nein! Nein! Oh nein! Frodo! Ach ja Frodo! Das nächste Abenteuer wird kommen! Die Last ist weg! Das war Herr der Ringe! Eins bis drei! Du musst da jetzt mit wem? Mit... Frodo! Frodo! Hi! Geil! Mein Schaatz! Glück bin ich nicht verleucht! Legolas! Der Tiefener nicht mal und... Saruman! Was war das? Saruman! Der böse Stock, Zauberstock? Ja, aber ich finde zwei Räume. Eine ohne Stock, eine mit Stock. Ja, das war ein böser Zauberstock. Achso. Ich gab zwei Krieges nicht. Ich... Smeagol... Ich war das Ungeheuer aus der Tiefe! Aber... Ich war der mit dem Deo... Ja, süß hier. Sauron! So. Gehen wir mal gucken. Smeagolatrickige Füße! Achso. Gandalf ist schon in einer modernen Telekommunikation angekommen. Das ist nicht so... Saruman! Ja, wir haben gerade einen 9 Stunden Film auf ungefähr sechs Minuten gekürzt. Es hat schon echt Spaß gemacht. Die Dreharbeiten haben ungefähr sieben Minuten gedauert. Ja... Es war schon eine Inspiration. Ich denke, ich bin wieder zu so etwas bereit. Wenn das jetzt noch gut ist... Achso, das haben wir ja gar nicht scheuert. Aber... Ihr habt kein Bild an der Seite. Ja... Ja...